hallo und herzlich willkommen zurück zu hinterm horizont ja ich laufe schon mal ganz schnell und sehe gerade wir können die kartoffeln noch mal neu ernten das ist auf der einen seite gut auf der anderen seite auch wieder nicht gut weil das nämlich heißt dass wir wieder neue reintun müssen und eigentlich habe ich überhaupt gar keine zeit wir können auch nur noch einmal kartoffeln reintun sehe ich jetzt gerade rechts die felder waren schon alle belegt okay dann tun wir halt nur noch einmal kartoffeln rein wasser ist noch drin ja das kann man so lassen sind schon wieder eine kartoffel hier drin machen wir aber noch mal kurz raus so weil wir sind ja zum essen eingeladen und ich konnte jetzt leider noch nicht nachfragen was jetzt mit der sache mit dem mit diesen einsiedler hier ist weil ich jetzt direkt die nächste folge hintereinander aufnehmen aber wir haben ja trotzdem noch ein bisschen was vor das tue hier oben rein so wir sind um 19 uhr heute eingeladen zum essen das heißt wir müssen uns jetzt ganz ganz dolle beeilen und werden wahrscheinlich viel zu spät kommen weil vier uhr zu früh war was ich eingestellt habe ach man ja hi hi ich habe keine zeit tut mir leid ich muss bis 19 uhr ganz unten sein äh bei alfred und wie heißen die alfred und magda glaube ich und das werde ich wahrscheinlich niemals schaffen weil ich mehr als eine stunde brauche um von oben bis nach unten durchs dorf durchzulaufen aber wir versuchen es trotzdem weil wir haben ja gerade sonntag ich hoffe die sagen dann von mir aus noch irgendwas von wegen du bist aber spät dran dann können wir endlich essen so nach dem motto haltet mich nicht auf leute haltet mich nicht auf oh mein gott ich habe nur noch knapp eine halbe stunde zeit lauf 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 leider habe ich keinen sprinten also leider kann ich nicht sprinten das wollte ich damit sagen äh noch ein ganzes stück weiter runter scheiße wir haben gleich 19 uhr ich sag dir die zeit verfliegt ich habe gerade mal ganz schnell die kartoffeln geerntet und schon ist wieder zack zwei stunden später gewesen oder so ich hätte irgendwie zwei uhr oder sowas machen sollen ich brauche ja vier stunden ungefähr bis ich dann zum dorf gelaufen bin und danach ganz unten gelaufen bin hier ist noch zu früh moment ah endlich zeit für gemütlichkeit ja ich bin da ich bin da blockiere mich doch nicht ach jetzt oh mein gott wir haben es noch geschafft willkommen Gameplayerin schön dass du kommen konntest danke für die nette einladung tut mir leid dass ich aber spät dran bin hallo Gameplayerin huu hi du kannst dich auf den platz von nikki setzen nikki muss jetzt sowieso ins bett oder so gemein nein mama ich will noch hier bleiben hä hä nikki muss ins bett still kollen wir haben doch schon darüber gesprochen nikki wenn Gameplayerin kommt gehst du ins bett gut dass ich so spät dran bin ja aber das ist nicht gerecht kollen darf auch noch aufbleiben er ist auch schon ein jahr älter als du ja aber ganz so gerecht ist es wirklich nicht schluss jetzt nikki ab ins bett hopp keine diskussion mehr man jetzt bin ich die böse weil ich gekommen bin muss sie jetzt ins bett gehen das überträgt sich alles auf mich entschuldige die zähne Gameplayerin nikki kann sehr widerspenstig sein ist ein schwieriges alter sage ich immer sag mal Gameplayerin stimmt es dass du in den höhlen warst ich muss mich wohl daran gewöhnen dass hier jeder alles über mich weiß ey die ist immer noch nicht im bett ne als kian im dorf war habe ich mit seinem gespräch mit nial belauscht kollen das ist nicht richtig weißt du ach papa sie standen nun einmal nur ein paar meter weiter also ja ich war in einer der höhlen und gab es monster und schätze und monster ja ziemlich viele schätze naja ein paar goldmünzen oh das klingt aufregend hast du auch ein drachen gesehen nikki du gehst jetzt sofort in dein zimmer gab es drachen nur diese eine frage mama nein nikki einen drachen habe ich zum glück nicht gesehen bei der sicher lieb wäre und gab es nikki ende ab ins bett ich habe doch gesagt die ist noch da genug von monstern am tisch lasst uns endlich essen ja lass es dir schmecken gameplayerin danke guten appetit das war's schon ich dachte wir reden jetzt über was weiß ich was noch können wir mit dir nochmal reden hallo gameplayerin am wochenende hat unser laden zu und wir haben viel zeit für haus und hof vielen dank noch einmal für den netten abend bei euch gern geschehen wir fanden es auch schön übrigens habe ich von walter gehört dass er dringend einen mutigen krieger benötigt weil in der mine in der früher gearbeitet hat monster aufgetaucht sind vielleicht wäre das etwas für dich nein 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 nicht für mich klar ein paar monster mehr oder weniger schaden nicht blöde kuh ich dachte ja ich gebe das mal so weiter wo du uns doch so schön mit deinen gruselgeschichten unterhalten hast du kannst es dir ja noch überlegen walter ist unser schmied er wohnt nördlich vom waldheim und südlich von nial sein haus kennst du ja schon ich denke mal darüber nach ja ja gut denk daran deine tiere gut zu versorgen falls du noch mal in die höhle hinab steigst ich habe gehört dass es manchmal dauern kann bis man wieder hinaus kommt ja aber ich bin so clever ich habe einen rückruf stein oder wie das heißt ja das habe ich schon gemerkt und falls du wieder hier ach so ja war das eine anspielung vielleicht darauf dass es sehr lange gedauert hat weil die jahreszeit dann rum war als ich das aktiviert hatte und falls du wieder hier vorbeikommst wir freuen uns immer über deinen besuch das war wirklich wirklich toll eindrucksvoll methode schön dass es dir gefallen hat und ich wette du hast dabei auch etwas gelernt ja das kann man wohl sagen vielen dank das mache ich doch gerne falls du mal tiere brauchst für deine farm weißt du ja wo unser hofladen ist ja aber ich habe kein geld das war ein stich in die wunde man jetzt gehen ja sowieso alle schlafen ich glaube es lohnt sich nicht wirklich moment jetzt schaue ich aber trotzdem noch mal eben nach ich glaube hier oben ist das mit dem bötchen gewesen ich will das jetzt wissen wo die anlegestelle war bei dem würde ich auch gerne noch mal kurz besuchen wie gesagt ich habe da auch nichts mit gemacht oder so ich habe den nur gesehen besser gesagt ich habe dieses bötchen gesehen als ich den guide gemacht habe und war natürlich neugierig und bin dann mal darüber gegangen beziehungsweise gefahren hier war es noch nicht das war noch eins höher da komme ich an und die hauen ja einfach die tür zu ist aber unfreundlich hier ich dachte das ist hier so ein freundliches dorf halte hat er mich jetzt erschreckt was stehst du denn hier ach das war dieser komische zombie der immer nur mit leeren augen vor sich her start okay ich weiß nicht ob denn jemand mal irgendwie tabletten geben muss ich weiß ja nicht was der für probleme hat aber vielleicht kann man den ja wirklich helfen also vielleicht muss man ja später in zauber anwenden oder sowas und dann irgendwie helfen das weiß ich ja nicht ich mache mich jetzt hier so ein bisschen naja lustig ist das falsche wort ich mache da jetzt so ein bisschen scherze drüber aber vielleicht ist ja mit dem wirklich irgendwas nicht in ordnung oder vielleicht ist er tatsächlich von aliens da ist es von aliens überfallen wurden oder sowas das ist hier auf der höhe von von malerin anais da ist der steg da gehen wir jetzt mal ganz schnell noch rein also ins bötchen nicht in den steg so weil hier ist nämlich eine hütte hallöchen ist er zu hause ja sehr schön guten tag hallo ich bin gameplayerin also er grummelt irgendwas unfreundliches okay bis bald josef woher weiß ich denn ach so josef der prophet haben sie gesagt genau der war das ja wie sie sehen sehen sie nix ich mach mal die insel hier noch ein bisschen frei wir müssen ja sowieso gleich wieder schlafen gehen deswegen kann ich das auch mitnehmen er ist noch zu jung habe ich mir schon fast gedacht was ist das denn hier können wir bestimmt wieder nicht machen oder es hört sich nicht gut aber sie sagt nicht dass es nicht geht aber sie sagt nicht dass es nicht geht deswegen bin ich jetzt ein bisschen irritiert na gut hier ist auch noch mal eine höhle drin aber eine ohne diese dinge ja diese 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 toten köpfe das ist alles seins ich will dem jetzt nicht die kartoffeln hier wegnehmen wieso hat er überall die lagerfeuer ach die kann ich anmachen ach hallo vögelchen nein ich glaube ich habe es gerade erschreckt entschuldigung vögelchen das wollte ich nicht so wieso bin ich jetzt eigentlich zurückgegangen ich bin mir nicht so ganz sicher wobei hier oben ist eigentlich auch noch was was ich freischalten kann wenn wir gerade schon mal hier sind dann können wir ja auch noch mal so ein bisschen weil ich habe es immer am liebsten dass die ganze karte frei ist dass man weiß wo man hingehen muss deswegen schauen wir mal hier ist auch noch mal ein ein übergang aber der ist kaputt gehört das zum die jetzt hier oder kommen wir da später hin das wäre natürlich gut zu wissen werden wir aber wahrscheinlich viel später ja 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 sehr gut werden aber viel später wahrscheinlich erst herausfinden gut dann haben wir das auch schon mal so weit freigelegt müssen wir quasi nur noch das jetzt über uns freilegen aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt heute machen den teil war da nicht nur nee da war glaube ich kein haus mehr haben wir aber schon so einiges jetzt freigelegt also ne das ist schon cool gut ja gut dann würde ich sagen dass wir dann erstmal eben zurückgehen und das nochmal hinlegen weil ist ja schon wieder spät und mal eben gucken ich sehe das jetzt wieder im dunkeln nicht naja ist noch zu jung okay oh wir müssen auch ein bisschen dünger mal wieder hier rein machen wo war denn das hier war das ich meine da ist zwar jetzt gerade nichts drauf aber wir sollten trotzdem dafür sorgen dass halt oh ich wollte gerade sagen weil da ist nämlich was drauf das wäre jetzt doof wenn da nicht wenn der boden da keine nährstoffe mehr hat weil wenn der boden keine nährstoffe hat dann kriege ich natürlich auch keine nährstoffe die ich durchs essen dann wiederum aufnehmen kann was vermutlich bei dem spiel an sich jetzt eher egal ist nämlich mal an aber und es kommt natürlich auch darauf an wie gut die pflanzen dann wachsen das ist klar okay das ist so weit habe ich hier auch was angepflanzt ich glaube ja sieht zumindest so aus so im halb dunkeln ich kann hier gerade nicht viel sehen hier unten bin ich mir nicht sicher aber ich glaube da habe ich auch was angepflanzt ja jetzt habe ich kein dünger mehr aber ist nicht schlimm okay was ist das denn hier ah nee das war eine pflanze ich sollte die sachen nicht im halb dunkeln angucken ich merke das schon ähm dünger dünger würde ich aber gerne nochmal herstellen alter das hat sich jetzt irgendwie komisch angehört hä okay ich bin jetzt etwas verwirrt das habe ich doch alles drin starre pflanzenfasern weiche pflanzenfasern das habe ich doch alles hier drin ach ich habe die nicht als handwerksruhe aktiviert sagt mir das doch einer ja die muss ich natürlich auch ich habe die alle vergessen als handwerksruhe zu aktivieren ich bin mir gerade gar nicht sicher ob ich das in dem guide angegeben habe ups so machen wir nochmal 30 so die nehmen wir mit rein so den dünger tun wir hier rein und die können wir auch noch rein achso das hätte ich jetzt naja gut egal ist nicht so wichtig das können wir auch da rein tun da hätte ich auch auf den stapel klicken können aber auch egal was ist mit den hühnern bevor ich ins bett gehe oh die haben wieder eier oh man die haben wieder eier alter was war das gerade ich bin hier zurückgepackt sauerei unten haben die keine ne ok was mich aber daran erinnert dass wir noch ganz ganz dringend gucken müssen dass wir weizen holen ist das jetzt blau geworden hier ach tatsächlich die sind aber noch zu jung na gut ok ja gut wir haben ja jetzt auch schon wieder nächsten morgen quasi deswegen eier haben wir auch gerade geholt zack dann müssen wir leider einen tag über schlafen weil wir schaffen das nämlich nicht mehr bis 6 uhr das heißt wir schlafen bis abends und bis zum nächsten Tag so dann ist soweit auch wieder alles aufgefüllt und dann können wir auch was verkaufen und so weiter ich glaube hier können wir wieder was ernten oder auch nicht ist auch noch alles zu jung ich bin nur gerade am gucken ist wieder ein neues Ei dabei oh das wollte ich nicht mitnehmen aber das können wir auch gerne mitnehmen das ist noch zu jung ok hallo muss man aber auch richtig gut treffen ja so die können wir auch die auch bevor es die nämlich nachher gar nicht mehr gibt ich weiß nämlich nicht ich gehe mal stark davon aus dass wir die noch brauchen für irgendwelche zauber oder so und da jetzt hier gerade sehr viele von denen wachsen und ich davon ausgehe dass diese Büschel bedeuten dass die dann auch wieder nachwachsen was ist denn das hier ach guck mal da ist ein Zwiebel drin ha cool und das direkt bei uns in der Nähe ja ist doch super so ok dann Zutat für einige Rezepte ja wir hatten eigentlich ah hier hatte ich die sogar drin genau so dann tun wir das Ei noch schnell weg weil das ist ja alles wieder Platz der weg ist dann ach so ja ich wollte jetzt ähm Moment ich kann auch V war das glaube ich ne äh Müslistange Gemüsesuppe ich wollte das ja eigentlich ausprobieren was besser ist Fenchelkartoffelauflauf das machen wir jetzt auch einmal ach so ach so das geht wirklich nur wenn man da in der Nähe steht mhm wieder was gelernt so den nehmen wir mit zum Verkaufen dann Bratkartoffel mit Ei das waren die hier die haben wir auch schon was ist das denn ach so das war Spaghetti wir haben keine Tomaten genau äh das können wir auch nicht machen okay dann nehmen wir quasi von allen ähm so machen wir das so dann nehmen wir nämlich die drei Sachen hier und gucken mal was die für Preise geben äh äh da wollte ich rein genau das wollte ich da rein tun zack und dann geht es jetzt einmal ab ins Dorf und ich ziehe mir hier schon mal direkt ein Blatt raus ich weiß natürlich nicht ob die Preise immer gleich sind also das müssten wir da mal so ein bisschen beobachten aber ich würde halt schon gerne mal herausfinden ja wir haben auch Dienstag okay ich weiß gerade nicht dass wir jetzt doch noch Wochenende haben ähm ich würde nämlich gerne mal herausfinden was wir da für ich bin ja so ein Fuchs ne ich muss immer erst mal gucken was können wir machen womit können wir Geld verdienen wo können wir es verkaufen also wenn das jetzt soweit alles klappt das kann ich schon mal vorweg sagen dann können wir das nämlich bei Alfred und Magda verkaufen und dann hoffe ich mal dass wir damit ganz gut Geld bekommen na gut das Lämbasbrot das will ich halt nicht wegtun sagen wir es mal so nur ich würde halt gerne wissen womit wir am meisten Geld machen können weil dann würde ich das natürlich bevorzugt immer machen an Essen und also ich vermute mal dass das was die meisten haben wir mit dir eigentlich schon mal gesprochen ich vermute mal dass das was die meisten Punkte sozusagen bringt wenn man das Ganze ist dass wir achso das ist der Walter dass wir dass wir das dann auch am meisten also am teuersten verkaufen können so das wollte ich sagen der Walter hat mich jetzt gerade hier ein bisschen abgelenkt guten Tag hallo Walter Magda berichtete mir von deinen Schwierigkeiten in der Mine ja es ist wahr eine Plage hat sich dort ausgebreitet Wesen die ich noch nie gesehen habe kamen aus den dunklen Tiefen der Mine ich bin um mein Leben gerannt das kannst du mir glauben es ist nur schade um das ganze gute Erz dort drinnen weiter unten gab es sogar das seltene Durit-Erz zu finden also wenn du Interesse hast dort aufzuräumen gebe ich dir gerne einen Schlüssel Schlüssel an sich hört sich gut an aufräumen würde ich da auch gerne ähm die 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 Viecher da beseitigen würde ich leider nicht so gerne klar warum nicht ich schaue mir das Ganze mal an du bist ein echter Held oder naja nun dann hier der Schlüssel und komm wieder heil da raus hörst du du weißt ja wo du mich findest die Eingänge zu den Minen befinden sich nordwestlich von hier du musst noch an Toms Steinbruch vorbei durch den Wald dann findest du sie dort ist auch eine dieser alten Steinkreise Steinkreise oh dann können wir da wieder einen aktivieren mh das wäre natürlich nicht schlecht oder meinen die den Steinkreis wo wir reinkommen das kann natürlich auch sein das wäre dann doof weil das wäre dann nichts Neues aber das kann wirklich sein dass die den Steinkreis meinen wo wir reingekommen sind wenn ich jetzt wüsste ich würde das Ganze allerdings am liebsten ein bisschen aufschieben wenn ich ehrlich bin ich weiß nämlich was was ihr noch nicht wisst hallo Gameplayerin wie sieht es aus mit deiner Farm du kannst doch sicher neue Werkzeuge gebrauchen ja 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 wieso kann ich nur bis später sagen wir waren das nochmal Moment Till wo geht der hin der will mir doch nur was andrehen dass ich was kaufe oder Monas Laden nee hier unten Schreiner Till ich gehe dem jetzt einfach mal hinterher hat der gerade Öffnungszeiten nee ne sonst wird der nicht hier rumlaufen 12 bis 18 Uhr montags bis freitags achso ja wieso geht der dann dahin ich dachte rechts ist sein Verkaufsladen nee ich will nicht ich will hallo wieso habe ich den Schlüssel eigentlich in der Hand ich will eigentlich was kaufen also angucken ob ich was kaufen kann wir haben 12 Uhr nee wir haben noch nicht ganz 12 Uhr gut dann warten wir jetzt ich werde einen Schluck Kaffee trinken und gleich wird das auf 12 umschlagen und dann gucken wir mal ich weiß die Preise nicht mehr ob der besseres Werkzeug theoretisch auch für uns hat oh weil es kann sein dass wir das was wir jetzt in der Mine holen können vorausgesetzt dass die Monster uns nicht platt machen dass wir dafür nämlich besseres Werkzeug brauchen ja in der Sonne verzieht sich das Holz schnell das ist ganz toll dass du mir das sagst ich arbeite aber nicht mit Holz oh na na kann ich immer noch nicht es sind 12 Uhr du fauler Hund du stehst schon hier aber du kannst doch nicht arbeiten oder was nee ach geht der doch noch drüben ja mach hin komm ich hab nicht den ganzen Tag Zeit wie läuft das Geschäft ja was soll die Frage der ist ja gar nicht mal da hallo Gameplayerin im Norden wachsen hauptsächlich Nadelbäume wenn du Steinholz suchst musst du weiter im Süden Ausschau halten oh oh Steinholz das ist ja wieder was ganz besonderes im Süden und was hat er gesagt Nadelholz ist klar Nadelholz äh im im Norden sag ich mal ja steht ja auch da im Norden das hatte mir zwar schon mal gesagt aber ich hab mir das nicht aufgeschrieben deswegen Gott erkennt ja mein Gedächtnis ne kannst du dich jetzt mal bewegen hier du sollst schon ab 12 Uhr geöffnet haben wir haben gleich 1 Uhr ne ich war als erstes da ich lauf dem schon die ganze Zeit hier hinterher geh weg ich muss hier was machen uh ein verbesserter Erntekorb mit dem man mühelos ernten kann wobei ich immer noch nicht weiß was diese 20SK eigentlich bedeuten Benutzung 30SK keine Ahnung ähm ich brauch 3200 damit ich die Leiter herstellen kann wobei da brauchte ich ja noch irgendwas anderes zu ne aber er hat kein wirklich besseres Werkzeug ne er hat nur diese Erntesachen der hat mich veräppelt der hat überhaupt gar kein Werkzeug der hat nur die Sachen zum Ernten und der hat äh ja Waffen im Endeffekt aber kein Werkzeug du hast mich verarscht ich komm nie wieder hin tschüss ähm kann ich die hier eigentlich auch ja kann ich auch okay sammeln mir die mal ein ich hab immer noch keine Ahnung wofür ich die brauch aber ist immer gut wenn wir was dabei haben das Problem ist nur dass man dann mit solchen Sachen dann auch wieder viel Zeit natürlich äh verschwendet in Anführungszeichen so wo müssen wir jetzt genau hin wir sind jetzt hier bei Hagen ach wir müssen nur noch eins runter okay lass mich mal hier Schlüssel aus den Minen für eine Truhe oder Tür aber nicht für die Eingangstür oder weil ich meine dafür haben wir doch den Schlüssel schon bekommen oder war das eine andere Mine ich bin mir jetzt nicht so sicher so ja auch schön dich zu sehen ich wollte eigentlich bei dir gerade was verkaufen was 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 sehr gegrüßt gehen Plärin denk daran eine Schaufel zu besorgen damit kannst du Samen und Pflanzen auspflanzen Schnee schippen und Wege entfernen ach stimmt eine Schaufel habe ich eine Schaufel ich glaube nicht ne das Abendessen hat Spaß gemacht deine Frau kann wirklich gut kochen ja sie ist wirklich ein Schatz wo du gerade vorbeikommst ich hätte da noch einen Tipp für dich für deine Farm brauchst du ja sicher so einiges an Ausrüstung oder ja ich weiß gar nicht so recht wo ich anfangen soll ich weiß zumindest dass unser Händler Marco gerade noch einen Gehilfen sucht der einiges für ihn erledigt ich denke er wird dich gut bezahlen und dir auch einen Nachlass bei deinen Waren einräumen wenn du für ihn arbeitest oh Marco okay das ist ein guter Tipp wo wohnt Marco denn wenn du vom Dorfplatz im Zentrum der oberen den oberen Weg nach Osten gehst kommst du recht bald an seinem Haus vorbei es steht neben Chloe's Restaurant du wirst es leicht finden sein Laden ist montags bis Samstag geöffnet aber wenn du mit ihm sprechen willst gehst du lieber früh morgens oder am Abend zu ihm er ist auch oft im Restaurant zu finden ja wobei sprechen kann man ja auch an der Theke mit ihnen danke für den Tipp gern geschehen wir in Waldheim müssen noch zusammenhalten sonst macht das Leben keine Freude ja eigentlich nicht nur in Waldheim aber ne ähm Moment sind die jetzt hier gar nicht am Arbeiten oder was komme ich hier gerade ungünstig hallo das Geräusch kenne ich noch gar nicht was ist das ach wegen der Tür boah die Sau die macht gerade Mittagspause da geh ich jetzt aber rein ich bleib jetzt so lange hier stehen bis deine Mittagspause vorbei ist so während ich allerdings darauf warte dass die Mittagspause zu Ende geht machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge ciao wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge ciao ciao